In Mosbach, Kisomba, Tanzen lernen. Wunderschönen guten Tag dir. Sei gegrüßt. Gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McCray. Und ich liebe es. Ich liebe es. Und deshalb mache ich das Video. Ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten. Und in Bezug auf Kisomba möchte ich dich tänzerisch begleiten. Das bedeutet, dein persönlicher Kisomba-Tanzlehrer werden. Wenn du dir vorstellen kannst, über einen ADDTV IHK World Dance Conceal Gütesiegel ausgebildeten Prädikatsfachmann ausgezeichneten Tanzlehrer Kisomba-Tanzlehrer zu lernen. Das bedeutet, über Privatstunden in deinen eigenen vier Wänden bei dir daheim, in dein Eigenheim bei dir zu Hause oder an einem anderen von dir vordefinierten Wunschort, dort Kisomba-Tanz-Privatstunden zu nehmen. Wenn das für dich interessant ist, für dich eine Lösung sein kann. Dann der Vorschlag an dich. Lass uns in Kontakt kommen. In Kontakt kommen über die 0176 840 44661 oder über das Kontaktformular, wenn es darum geht, dich im Bereich Kisomba nach vorne zu katapultieren. Ich möchte dein persönlicher Kisomba-Wegbegleiter sein. Lass uns hierfür in Kontakt kommen. Erneut das Telefonat oder eben dann das Kontaktformular sind hier die zwei Möglichkeiten, die ich uns beiden vorschlage. Der schnellste Weg ist das Telefonat. Die Nummer hierfür für unseren Kontakt, für unser Gespräch, damit wir schnell, rasch, zügig, geschwind deine Sommererfolge starten können über die erste Privatstunde, ist die Nummer 0176 840 44661. und wenn ihr heute an der beiden Seiten vor enemig archiviert habt, Untertitelung des ZDF, 2020